So, Freiwillige. Wenn das Gelaber dann vorbei ist, tue ich wieder Dingsbums. Tue ich wieder den Stream wieder anmachen. So, ich muss heute Geld überweisen. Kulti und Detektoren sollten an Bord sein. Ich bin nicht sicher, was sie sehen. Mal sehen, was sie finden können. Gut, haben wir auf kurz zu quatschen. Da kann ich noch mal hier. Die Straße war jetzt auch nichts Besonderes. Einfach nur noch ein paar Schnittbilder mit euch vor dem Brandenburger Tor. Und das war dann da hinten, als wir dann schon an dem Straßenrand waren. Und da war es dann auch sehr lustig, wie oft ich den Namen Nuviso gehört habe. Lass uns das aber schon später in unserem kleinen Zusammenschnitt näher thematisieren. Wir wurden schon verdammt oft erkannt. Ja, das kann man wirklich sagen. Und wir haben da auch noch ein paar Interviews gemacht an der Straße. Es gab also etliche, die uns quasi noch Statements gegeben haben, O-Töne gegeben haben. Das war eine tolle Sache. Aber wo kommen wir denn jetzt weiter? Hier noch. Das hast du verpasst. Da bin ich extra nochmal zurückgesprungen, als die Leipziger Fraktion vorbeikam. Da bin ich extra noch auf die Straße gerannt. Ja, hier. Muss ja sein, gell? So, ich mach mal den Ton wieder weg hier. Und noch was. Ich könnte nämlich hier das Ganze etwas anfassen. Dann könnt ihr nämlich dieses Programmfenster etwas größer erkennen. Was war das denn? So, ja, genau. Ich denke, es ist ein bisschen kleiner hier. Ich bin sicher. Da sieht man besser. Habe ich schon. Schau mal hier. Die Master Line ist schon fast ganz runtergezogen. Ich habe schon minus 27 dB runtergezogen. Okay, aber jetzt ist es ja die Bins. Yes. Ja, ne? Das ist übrigens auch das typische Fachjargon, wenn man sich als Fachidiot... Ich denke, ich weiß ja jetzt was mein Stream, bis ich dieses Daedlock-Protokal hier fertig habe. Blöd. Ich spiel da nochmal zurück, bitte. Entschuldigung. Nath, Anu. You are found. Remember the first days of Fortuna. Your failure. Our victory. Without the Solaris. Your aspirations are nothing. We're coming. The Tenoris Brothers and sisters. Or to nothing. So I swear. You will return. You and your bleeding heart Tenno thought. All right. You're coming. My robotics on the other hand, do. Kill Cruz, take care of this. So, man muss ja mal das nicht schützen. Dann fangen wir mal an den Arsch der Welt rum. Ja. Tag. das ist nicht genau das bleibt das ist nicht sicher das ist nicht zu sein der war das ist nicht zu sein tausende die Ja. Ja. Was ist das Ding? Ich würde sie sind für schuld. Ich weiß noch nicht. Antwelder, nicht zu lassen sie den Signal, bevor ich es decode habe. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, noch eine. Was ist das? Was schauen wir an? Die Jockey's Feed Sparky, du besser raus. Wir machen das Sinn. Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. We'll be waiting for you, Outworlder. Pfff. So. What? Nächste Runde, bestimmt wieder Fortuna. Genau. Wir gehen nach Fortuna zurück, reden mit meinen Idioten und dann geht's weiter. Ich glaube... Das dauert noch eine Weile. Ich glaube den Stream-Stream mit meinem... Da vom Ersten. Ich, Nephonyo, end das unvergültige, unvergültige Todes. Die Leute sagen, Nephonyo ist perfekt für den großen Seat. Ein Visionärer. Ein Exemplar. Ein Protagier von der großen Verwanderung, Parvus Branagh. Freunde, unsere Zeit ist bei uns. So... Ich denke, ich werde dann später den Stream wie so normal neu starten. Wenn ich mir den in Ruhe nebenher anhören kann. Das Blöde während so einem Quest. War eine doof Idee, die Quest zu starten und dann nebenher den Stream laufen zu lassen. Wie viele Eltern verloren, weil ich nicht mein Job konnte? Judi... ... 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 Sie sind genug. Wenn Nef zu besuchen, er wird sich selbst riskieren. Nicht zuerst. Sparky, du kannst ihn gegen ihn. Bis hat sich herausfinden, wie Nef aktiviert Nef's Granum Tributes. Du wirst nicht glauben. Diese Tributes sind grundsätzlich... ...kugier. Du brauchst eine Granum-Krown. Du musst nach dem Land suchen. Nef, als der Korpus-Figure-Head, mit der Unite-Bord hinter ihm, wird für uns und die Arbeit in überall. Mal sehen, ob du es erst einmal kann. Verzüge was, was er will, seine Planung zu finden, und finden unsere Menschen. Ja, ja. Die Idioten werden entführt. Schön scheiße. So, äh... Achso, ich muss zurück zum Orbiter bestimmt. Ein Schiffchen durchsuchen. Ah, scheiße. Ah, ich glaube es ist ja zu viel. Ich komme nicht schon dahin. Das muss ich mir mal hier ein bisschen herlegen, weil diese Woche habe ich nichts zu tun. Ich denke, da kommt auch diese Woche für das Eines Spiel ein Update. Neues 3D Level und 2D Level. Das 2D Level ist aus dem ersten Teil. Den ersten Teil will ich aber nicht mehr anfassen. Der war so... Der hab ich so mies strukturiert. Das ist... Einfach nur grausam. So. Und... Den 2D Teil, der für Android da ist, den wollte ich zwar mit Werbung versehen, aber beim Erstellen kackt er mir ständig ab. Deswegen hab ich es sein gelassen. So. So. Da bastel ich gerade etwas anderem. An einem kleinen anderen Rätselspiel. Äh, ja. Ich muss halt auch noch einkaufen. Muss ich vorbereiten. Das wäre es gut. In der Kross-Ober, du musst erst einen Granum-Krown finden. Search das Bereich. Okay. Machen wir mal ein paar Giftpäte. Wenn du das übernommen hast, dann schaue ein Blick auf unsere Menschen. Sie haben vielleicht überlebt. Ich habe mehr als genug Kinder, dass ihre Eltern nicht nach Hause kommen. Machen wir mal ein paar Giftpäte. Mittal zu einer Bestein. Die neue Bestein sind in shrubiger zu bewähren. Die Läge ist mit dem Geld, zustecken! Der Kross-Ober mit meiner Offering. Bei mir bis zum Glück zurück. All right, here's our chance. Time to tax the taxman. If only Parvos could have lived to see this day, imagine his face, beaming with pride, as he bestowed upon me, his son, that sacred golden hand. My virgins have assured me that the procedure will be quick and painless. A pound of old flesh for a glorious new lady. I'd pay top credits to crap in Neff's coffin. Double if he was still alive. One scan of Parvos granum, and my alleviate shall be proven. None shall deny me the... what? Tenno? Again? Not today. As far as air, it is my offering to make. I am coming, father. This is I who shall pay tribute. Your Neff is almost known. They must not reach him before we do. Is that understood? Him. As if the body would still be intact. Ah, something's off. Get to the tribute. Expect some friction. Ah, gotcha, gotcha. Ah, gotcha, gotcha. Ah, ach ja. Ich wär jetzt mal gespannt. Alle mal fernhalten. Ah, we've got a lock on you, Elm Welder. Good luck. Oh my god. It has been so long since these old eyes beheld another living thing here in the sanctuary. I am Parvos granum. Thank you for finding me. I am the void. I am the void. Oh my god. I am the void. Oh my god. It was all about you. But at the cost of all that she was... Now she is nothing more than a specter of her former self. Meine herzlichen Protea. Das ist warum du hier bist. Vater, ich zeige dir alles, was ich in deinem Namen habe. Du, Nefarno. Mein Name. Hm. Ich habe dich gesehen. Monuments zu Narcissismus. Demand auf den anderen Sweat in deine Stead. Gurgeln auf das, was du nicht gewusst hast. Ich habe dich gesehen, wie du für dich selbst meine Zeugnisse von Selbstrelianz. Die Verbrechen in eine flachende Philosophie von Sloth. Von Hidelness. Was? Ist das du, mein son? Nein, das muss ein anderes Son. Sie wissen nichts. Falling short, wie du, mit jeder Idee, die ich valuee. Ihre Worte, Ihre Efforte sind ein Modell der Inadequanzität. Ich habe dich erwähnt. Ich habe dich gewusst. Aber ich brauche dich nicht. Ich brauche sie. Sie sind. Tenno? Vater? Du hast einen Fehler gemacht. Komm jetzt. Wut. Sie haben auch eine Notfalleinein. Wut. Sie sind. Wut. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Wut. Werd Aber wir haben jetzt größere Probleme als Neff Geh weg! Du hast mich gesehen? Hast du? Wie ich dir zeige, wie wir diese Dinge machen, diese Menschen? Crew, repel die Spectre! Wir haben größere Fisch zu fangen Okay, wir flüchten Die Brick Schwerze erhalten Okay, wir flüchten Das ist schon Einfach Einfach und geschäft geht auch nicht ihr könnt ihr könnt ihr vorteil muss ich mal schauen muss schauen warum sie ein neues ding wo man dann fähigkeiten aussuchen kann muss ich mal schauen ob es die zweite fähigkeit und ihr werker sind die gleiche convince ihr Tenno Servant zu reenter Granum's Domain und disable das Proteus Spectre ich habe nur das Ding sie brauchen aber es ist ein Assembler required ihr wollt zu rescuet die comrades in der da und ich möchte die Vergangenheit wo es liegt der die 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 unter zu die Bizz will lead the build on this Zorus gizmo. Ach, jetzt mischt nach Fortuna das scheiß Ding da an, oder? Ich bin das, mein Video.